Moin moin liebe Leute, nächste Runde in der Aufnahme, ihr wisst ja nicht was los ist, aber wir sind weiterhin fünf Leute, wir machen einen Aufnahmeabend, Ado, Entflug, Flaum, Rage. Und keiner traut sich zu sagen. Ich hab's gewusst. Ich muss mal grad Fähigkeiten lesen, Moment. Ja, ja, mach Ruhe. Willkommen in der heulenden Schluck. Also cool, Speerwerfen. Ja, ich hab's schon gelesen. Du bist zu spät. Ich bin schon fertig. Der Rübser ist so geil von der Rasse. Ich liebe es. Die ganze Zeit. Das ist Charakter für dich eigentlich, Ado. Was soll das denn heißen? Komm, geht auf die Tanks. Jawohl. Mach sie fertig. Die Moin. Ach man. Ja, gut gemacht. Ja, 3-0 finde ich, geht nach einer Minute. Und vor allem, ihr kennt den Champ nicht und hat gleich die Kills, fast alle. Ja, okay, so schwer sind die Fähigkeiten jetzt nicht, ne? Ja, weil wenn ich seh, dass ich mit Cassio Paya fast gleich alles rauskauen hab, auf einem übelsten Schaden mit diesem Gift, das ist so geil. Uh, guck ich denn hin. Was machst du hier, Alter? Ich hatte grad mich verklickt. Hab euch, mein Freund, hab euch. Anders möchte ich mitrübsen, wenn ich das immer hör. Warnung, okay. Warnung, Warnung, Warnung. Ja, wenn ihr das hört, kann Dings da nix machen. Dann überhitzt, da noch. Jupp. Kann Timo nicht anklicken, weil Wombel davor steht, so ne Kacke. Oh. Der wollte mich unbedingt killen. Aber er kommt auch noch weg, dass ich den Mana. Ich hab keine Mana mehr. Keine Mana? Keine Mana. Boah, brauche ich vielleicht doch ein Mana-Item als Pantheon, Alter? Äh, ich finde, man braucht unbedingt ein Item. Aber, ja. Ach so ging's, weil du wolltest was erzählen. Was wollte ich? Du wolltest was erzählen. Äh, ich hab ein Hängerchen. Ja, wir wollten... Ich sterbe! Doch nicht. Äh, über Arnusse reden. Ah, nein. Das ist ein A. Wenn ich reingeh, dann schrei. Äh, ach so, ja. Ja, Ado hat einen legendären Satz gebracht. Wenn ich reingeh, dann schrei ich. Ich weiß nicht, was daran verkehrt ist. Äh, ich weiß, wie die Folge genannt wird. Rausgehe, dann schrei. Wenn ihr zuschaut, dann schrei ich. Boah, ich... Dann leifst du ihn sein. Ey, das, das Gift ist so geil. Einfach... Ach, ein Flug. Ja, aber da hätt ich's ja wohl. Ich würde ihn noch dran hindern. Komm mal auf mich los. Gut gemacht. Wenn ich seh, was das Gif rein-damaged, das ist. Wer rülpst denn da immer? Das ist Kragas. Haben wir doch vorhin schon gesagt. Wer rülpst denn da? Hör dir nicht immer zu. Ich hör nur, ob und zu mal rein. Das war ich. Wirklich. Verwandt, liebens. Verwandt, liebens. Verkleinern. Na, Kleine, wie heißt du? Hm, Bärbel. Bernär. Genau. Ah, Bernär. Rörig. Boah, Kragas hat ein Benehmen, ey. Das ist ja wahr. Muss es sein. Flauschibus. Was ist das? Bitte, was? Na, hier, Lulu. Flauschibus sagte sie eben. Ach komm, das musst du jetzt natürlich sein. Oh, doch. Bin ich mal der KSer hier, ey. Ja, du hast ja auch mein KS. So, jetzt kommen die mal auf mich zu und dann kann ich die schön stunnen. Dann komm ich rein. Ja, ich wollte Platz setzen. Du warst ein Schwein. Nee, am Tower mache ich keine ulti, das bin ich besser. Ah, wenn du die ulti auf den Tower machst, dann wird der Tower in den Tower. Achso. Ganz neu. Na, dann. Ah, Gift, Gift, Gift. Oh, komm, komm, komm. Oh, ich könnte reinspringen, aber ich... Nein, ich will nicht. Ich möchte nicht. Was ich einfach an Abend so geil fand, du lernst so viele Champs so schnell kennen. Ich meine, gut, ich kenne ja mittlerweile fast alle, aber das ist es trotzdem so herrlich. KS, KS, KS. Aber wirklich, Sika, du hast sechs Kills, du... Asch... Also, du... Du bist... Fickfresse, wollte ich schon... Ich wollte schon fast Fickfresse zu dir sagen, aber... Nee. Fickfresse. Fickfresse. KS, 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 KS. Ja. Gut. Aber egal. Weg da, weg da, weg da. Ja, ist ja gut, da rufen sie sich. Komm, jetzt mach ich den noch fertig, Alter. Alter, was ein KS ist? Ich... Krieg hier einen Krampf. Das ganze Gift haut... Wer handelt denn da so hart? Mirk. Nein, ich meine, äh, bei den Gegnern. Ähm... Eigentlich niemand, außer... Ja, aber der Renekton hat gerade die, äh... Ja, der ist ja gut, die Fertil war. Ach, shit. Hat sich umgedreht. Äh, der hat nämlich getötet auf der Entfernung. Brumm, brumm. Oh, der ist schon mit's, Alter. Komisch. Ah, KS. Ja, genau. Zack, der mit 6 KS. Oh, der ist schon mit's auch noch. Ganz einfach so ungestört. Loll, ich bin noch. Oh nee, oh nee. Nee, dieu. Oh, mir hört ich immer schneller als ist. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich hab' mir richtig eracht. Ich hab' mir richtig, er war schnell leitet. Was? Lebenswerk als im Bauch. Konzentriert. Ja, weil ich jetzt nicht brauche. Ist das Zauber von dir oder Lebensbrauch? Was? Von wem? Von dir? Zauhaka. Zauhaka ist Magie. Also Fähigkeitenstärke und so. Was? Oh. Ja. Wollte eigentlich springen, aber... Wollte eigentlich springen, aber... ... ... ... Ja, also komm, bitte. Er ist ein bisschen froh, wir sind unterwegs. Keiß, jawohl! Alles! Denkel! Ja, bisschen. Wir haben gerade alle gut verdient. Warten wir mal aufs Team, wa? Machst du doch alleine! Nee, Timo wird... jawohl! Ja, okay. Jetzt auch. Mein Gott, ich hab meine Mutti, ich hab's dann. Der Fokus ist fürchterlich, Leute. Das Problem ist, sind doch alles Tanks hier irgendwie. Ja, Timo darf nicht überleben. Ja, Timo darf nicht überleben. Ja, Timo. Ja, Timo. Ach, stülp dir auch mal. Wär mal nett, na. Da war's verkackt. Joa. Aber Ado hat gerade nicht so richtig gespielt. Ado ist auch ein Leben. Ja, stimmt. Ich hab die ganze Zeit überlebt. Ja, genau. Heck mal lieber den Heal, bevor die es jetzt tun. Komm, dann rettet du noch den Kauern. Komm mal nicht, bloß. Oh! Hehehehe. Stark. Guto, ne? Ich hab mich für das Team geopfert. Ich hab mich für das Team geopfert. Man hört dich gar nicht. Was ist los? Ein Gentleman schweigt und genießt. Wehe. Ado 11 Kilds hat. Ich genieße und... Kurze. Was? Das war ein Husten. Das war ein Husten. Ja, das war ein Husten. Ja. Wenn du so hustest, hustest du mir leid. Das war ein Arschhusten. Das war ein Arschhusten. Ich geh rein. Geh rein da. Geh rein da. Geh rein! Ardor, helf mir. Du hast mich in den Tisch gelassen. Und dann auch noch verloren. Was ist denn? Mit euch. Was macht ihr denn? Ja, Ardor hat mich durchgelassen. Ich hab Timo und fast noch Nullo gefickt. Ja, ja. Ja, ja. Gleich zwei so ne Schlampen auf einmal. Und ihr seid da mit den Tanks beschäftigt. Genau. Ich hab dir geholfen. Du hast mich im Stich gelassen. Ich hab ein bisschen verkackt. Du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich im Stich gelassen. Ja, alles dein Schott. Außerdem bin ich nach dir gestorben. Du hast mich im Stich gelassen. Ja. Genau. Dann wär ich auch nicht gestorben. Können wir jetzt mal bitte gewinnen? Ja, wir gewinnen. Ja, wir gewinnen. Ja. Auch da sind die Gewinner. Tritt. Ich kann schon sehen, was ihr da macht. Ja, wir gewinnen gerade. Oh Gott, den heißen. Deine Taktik. Boah. Das war ja ne Güsteres Ulti. Das war ja ne Wunder. Das war ja ne Wunder. Und das war ja ne Wunder. Das war ja ne Wunder. Der kam mal und kriegt nen Speer in die Presse. Was ist denn da für eine Aktion? Keine Ahnung. Komm mal reinspringen, guck Leute. Oh. Oh. Komm mal! Dein Herz, oder? Ich glaube jetzt endlich. Nee, in den Pilz laufe ich nicht. Und lief in den Pilz und starb. Pilz. Mach auf ihn. Hey du K.S.er! Hallo, ich habe eine Rüte drauf gehauen. Nicht du. Machst doch überhaupt keine Kills. Oh Gott. Oh. Warte, der dich ging schnell. Rähnen so schnell du kannst. Eh. So schön eine Kommission. Und dann glaubst du mir auch nach den Kills. Ja, das macht das schon die ganze Zeit, ne? Alter, das hat derjenige mit 14 Kills und ich hab grad mal 12. Grad mal 12. Ja, zwei hinter mir waren. Guckt dir vierfach Tötung an. Der hat auch 12. Ffff. Pfff. Hm. Öh. Öh. Oh Gott. Hexen. Áh. Äh. 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 Machylo. Warum werde ich so hart gefokust, Alter? Ich bin der absolut Erste, der immer drauf geht. Ist Pantheon so eine Gefahr? Ihr seid mir doch tot. Ich bin doch gern. Der lebt noch, aber bleibt nicht dran. Oh nein. Nehmt mal die Pilze ohne mich. Ich bin gleich wieder tot wahrscheinlich. Rado ist down. Boah vom Pilz! Komm drauf da. Boah Renekton macht ja richtig harten Schaden, meine Herren. David rede mit uns. Ne, ich genieße gerade ein bisschen nur. Ich will hier so chillig vor mich hin. Aber was hast du für einen Zauberraub, ey? Wieso? Weil er so krass ist. Ach, Spille der Uralgen hast du. Ne, und meine Fähigkeiten, meine Krallen, die ich werfe, stellen auch noch enorm viel Leben her pro. Warum bin ich immer der, der tot ist? Weil du mittlerweile zu viele Kills hast und derjenige wird meistens ausgefokust. Was war ich übernommen? Ne, nehmt den hier weg. Ne, nehmt den hier weg. Boah, ist doch klar. Ja, kommt man zurück. Was ist eben da? Auf da! Wo die... Ja, Ludo und Timo, wir haben immer beide auf mich. Aus dem David du hast die meisten Kills, nicht ich? Ja, mittlerweile. Du hast aber auch keinen Titel verloren. Ja, weil ich mich auch regeneriere wieder. Hier meine Krallen, die ich werfe, die regenerieren pro Wurf... ...äh... ...60 Leben. Ähm... ...plus Zauberraub, also pro Schaden. Also pro Kralle, wenn ich sie schnell einsetzen kann, das ist... ...unbezahlbar. Bezahlbar. Ich stehe jetzt nur noch hinten, Alter. Wie ein Magier. Oh, wir beenden das jetzt. Egal. Oh, diese Pilze. Komm. Komm. Ach komm schon. Der Tower geht immer an den Tower, oder was? Aus dem Tower geht immer an den Tower. Es ist frisch. Ach! Wie viel Leben der Tower noch hat. Ich hab 3500 Gold. Das ist so ein bisschen... Noch eine Haustür, zu hoch. Wie gesagt, eine Hausnummer. Und auf Lulu! Nee, hat es nicht mehr gereicht. Okay. Hat es nicht mehr gereicht, die Musikkommandant. Aber gleich komme ich wahrscheinlich mit enorm viel Fähigkeitenstärke vor die Haustür. Und dann geht es los. Noch habe ich 543. Und jetzt kommen wir mal. 603, 608, 761. 771, Entschuldigung. 771 Fähigkeitenstärke. Jetzt macht eine Kuh über 600. Ja, das war. Gau, das war. Ja, da hast du lange gebraucht. Ja, kann ich auch nichts wirken. Ja, doch mit der Schaffung war. Nee, ist der gestorben. Komm schon. Bitte, bitte. Fresch, das ist fresch. Hast du eine Schaffung? Aber kein Penta. Schild bei euch. Ihr guckt ja an, was das ein Schaden ist. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, ummurmelt. Komm, bitte noch nicht beenden. Ich will mir noch eine Sache kaufen. Ich gucke, wie du lebst da und hast. Guck dir das an. Ich habe 4100 Leben. Okay, das war ein. Echt? Ungesiegbar. Ich kann nicht mehr zerstört werden. Alter. Ach, schade, jetzt ringt doch ein. Aber das ist jetzt ein Schaden, der hier rauskommt aus Cassiopeia. Jetzt hat die 872 Fähigkeiten Stärke. Das heißt, ein Kuh, ein Kuh, nur der Gift, macht über 600 und einmal E macht über 700. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Aushalten mal wieder. 100 live. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen. Es ist auch schon tiefe der Nacht, wo wir das aufnehmen. Aber bis dann. Ciao. Ciao.